Ich freue mich da jedes Mal drüber. Was ist mit dir? Müssen wir hier noch irgendwas machen? Was zur Hölle? Ein vermimmter Reiter hat mir gerade die Dokumente gestohlen. Reite mir hinterher. Er ist dort drüben beim Tor. Beeil dich. Beeil dich. Hol ihn ein. Äh, ja? Bei welchem Tor? Achso. Ah. Uiuiui. Okay. Okay. Bleib stehen, du verdammter Dieb. Ah, ich habe die Dokumente zurückbekommen. Haha. Das ging jetzt ehrlich gesagt viel einfacher, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, ich reite jetzt eine ganze Weile hinterher und kann nichts machen. Und weiß ich nicht, was alles... Okay, ähm... Erstmal die Dokumente abgeben, dann kann ich mit denen sprechen. Gut gemacht. Ich werde versuchen, die Papiere diesmal ein wenig besser zu verstecken. Es war etwas komisch mit dem Pferd. Was denn? Gespensterhaft, sagst du? Hm, ich weiß wirklich nicht. Es ist alles so schnell passiert. Ich bin mir sicher, dass es ein normales Pferd war, nur mit einem ungewöhnlich diesen Reiter. Okay. Also die wollten nur sagen, mit einem ungewöhnlichen Reiter. Du musst für mich zum Ratshaus gehen, okay? Die Kopien sollten dort sein. Falls etwas mit den Originalen passiert ist, es wird nie wieder Zweifel daran geben, dass dieses Land mir gehört. Also, hör zu und ich erkläre dir, wie du dort hinkommst. Folge der Straße, die nach Norden führt, vorbei an der Bushaltestelle. Habe keine Angst vor den Bulldozern. Sie werden dir nichts tun. Wenn du weiter Richtung Norden reitest, findest du das Dorf. Es liegt genau nördlich vom großen Schloss. Hier sind die Dokumente. Pass gut auf sie auf. Okay, dann hoffen wir mal, dass ich diese Dokumente morgen dann auch noch bei mir im Inventar habe, weil ich die Quest definitiv heute nicht mehr zu Ende kriegen werde. Hände hoch! Wie Kuchen? Also, ich habe sicher keinen Kuchen von der alten Oma gestohlen. Niemand mag ihren Kuchen. Der ist super eklig. Ha! Ich bin kein Dieb, Susanne. Ich schwöre. Da will mir jemand eins auswischen. Sicher Loretta. Warum ich glaube, dass es Loretta ist? Naja, also vor ein paar Tagen habe ich meine super coole Uhr bekommen, die ich bei J-Bay gekauft habe. Super cool. Du verstehst, oder? Natürlich wurde Loretta eifersüchtig. Genau, wie ich es mir gedacht habe. Ha! Aber ich hätte mir nie gedacht, dass sie so tief sinken würde und die Uhr von mir stehlt. Ich will es nicht einmal zugeben. Echt mies. Und jetzt hat sie auch noch den Kuchen von Frau Holzwurf gestohlen. Nur, weil sie eifersüchtig auf mich ist. Du sprichst mit Loretta, sagst du? Okay, viel Glück oder was auch immer. Sag ihr, dass ich meine Uhr wiederhaben will. Ansonsten sind wir die längste Zeit Freunde gewesen. Okay. Machen wir das doch mal. Limo! Was? Tan behauptet, ich sei ein Dieb? Es wird dunkel, die Nacht bricht da rein. Hallo? Ich habe überhaupt nichts genommen. Weder diesen ekligen Kuchen, noch diese hässliche Uhr. Amel. Das ist wieder mal typisch. Tan verliert ihre hässliche Uhr und dann verdächtigt sie mich. Warum soll ich eine so billige hässliche Uhr haben wollen? Wenn ich so ein grauenvolles Teil tragen würde, könnte ich mich ja nicht mehr nach draußen trauen. Also, ich weiß echt nicht, was mit der los ist. Und ich habe auch keinen Kuchen gestohlen. Im Ernst. Es war schließlich Tan, die ein Stück von Frau Holzwurfs Kuchen haben wollte. Sie findet den Kuchen nämlich urgut. Aber sie traut es nicht, das zu sagen. Aber weil sie nicht bekommen hat, sagt sie nun, dass er eklig sei. Haha. Kapierst du? Tan ist so irre. Jetzt bekommt sie auf alle Fälle keinen Kuchen mehr von Frau Holzwurt. Wer dann die Uhr gestohlen hat? Ach, keine Ahnung. Du musst aber auf jeden Fall Jenna sagen, dass ich es nicht war. Im Ernst. Tan erzählt sonst allen, dass ich ein Dieb bin. Und das kann ich echt nicht gebrauchen. Alle kennen Jenna. Und wenn sie sagt, dass ich unschuldig bin, dann glauben die Leute ihr das auch. Sagst du es hier bitte, Susanne? Danke, Susanne. Super. So, okay. Mit ihr kann ich nicht mehr reden. Aber ich müsste dann noch mal mit der guten alten Dame reden. Oder nicht? Moment. Die steht jetzt gar nicht bei mir auf der Liste. Man sagt, Bloretta sei ein Dieb. Du musst das auf jeden Fall Jenna sagen, dass ich das nicht war. Ja, und die schreckliche Nachricht wegen dem Blumenkasten, die konnte ich doch jetzt auch nicht sagen. Oder ist... Nee, das ist aber nicht die, die jetzt hier vorne gewesen ist, oder? Ich schau mal eben, ob ich mit der irgendwie sprechen kann. Vielleicht wollte die ja auch den Blumenkasten haben. Oh, okay. Okay, ups. Meine Blumenkisten werden verspätet geliefert? Verspätet geliefert? Welche Blumenkisten? Ja, genau. Ich habe Konrad gebeten, ein paar Blumenkisten für mich herzustellen. Das habe ich fast vergessen. Ja, ja, das macht nichts, wenn sie etwas später kommen. Gab es einen Grund, warum Konrad nicht rechtzeitig mit den Blumenkisten fertig wurde? Es hat einem mysteriösen Mann den Weg nach Silverglade erzählt und konnte danach seinen Hammer nicht mehr finden? Das ist aber seltsam. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, Susanne. Etwas Komisches geht hier in Moorland vor sich. Wenn du noch mehr von solchen seltsamen Vorfällen hörst, dann erzähl mir bitte mehr davon. Ja, ich habe so einiges gehört und ich befürchte, ich weiß auch, wer dahinter steckt. Hallo Susanne, wie kann ich dir helfen? Aha, Loretta lässt ausrichten, dass sie weder Frau Holzwurz Kuchen noch Tans Uhr gestohlen hat. Ich wusste nicht mal, dass diese Sachen verschwunden waren. Wirklich seltsam. Findest du nicht auch, Susanne? Da geht etwas vor sich, das mir gar nicht gefällt. Susanne, komm zurück, wenn du noch mehr von diesen seltsamen Dingen in Moorland erfährst. Ähm, ein neues Pferd für Maya? Hallo Susanne, hast du gehört, dass wir ein neues Pferd hier in den Moorlandstellen bekommen haben? Also das Pferd gehört eigentlich Mayas Cousine, aber Maya hat versprochen, sich einige Tage darum zu kümmern. Nein, du, ich habe keine Ahnung, wie Mayas Cousine heißt. Achso, wie das Pferd heißt? Oje, ich habe auch keine Ahnung, wie das Pferd heißt. Lüser? Nein, Lüktan? Nee, Lümmel? Nein, es fällt mir nicht ein. Aber ich weiß, dass es ein ganz liebes Pferd sein soll. Du und Sunny Princess sollten ihm einen Besuch abstatten, bevor es wieder heimfährt. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie lange es hier bleibt. Aber sprich mit Maya. Sie weiß mehr darüber. Ja, wenn wir da Geld für kriegen, dann können wir da auch nochmal ganz kurz hingehen. Hallo, bleibst du stehen? Oh, nein, 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 nein. Was willst du? Ich habe keine Zeit zum Reden. Entschuldige, Susanne. Ich wollte nicht unfreundlich sein, aber hier herrscht das Chaos, das reinste Chaos. Neues Pferd? Ja, das stimmt. Naja, neu. Ich passe ein paar Tage auf Lünks auf. Das Pferd meiner Cousine. Also ich würde gerne etwas länger mit dir plaudern, aber ich habe ein kleines, besser gesagt, ein riesiges Problem. Die drei Pferde, die normalerweise hier im Stall stehen, sind davon gelaufen. Ach, ehrlich, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Ich bin gerade mit Lünks in den Stall gegangen. Ich weiß nicht, ob er vor etwas Angst hatte oder ob er streitlustig war. Es ist ihm auf jeden Fall gelungen, die anderen Pferde zu erschrecken. Und in dem ganzen Tumult hat eins der Pferde eine Glasschüssel, die auf dem Boden stand, zertreten. Jetzt sind also nicht nur die drei Pferde verschwunden, sondern wir haben auch noch Glassplitter überall auf dem Stallboden. Fantastisch, nicht wahr? Nein. Zum Glück hat mir Josch geholfen. Er hat Lünks zu sich genommen, damit ich hier in Ruhe sauber machen kann und die anderen Pferde einfangen kann. Warum eine Glasschüssel auf dem Boden? Ja, das war mein Fehler. Ich habe die Schüssel für Jenna mitgenommen. Sie hat sie bei mir gesehen und nachdem ich zwei gleiche hatte, dachte ich, sie kann eine davon haben. Als Lünks kam, brauchte ich schnell die Hände frei und ich habe sie auf den Boden gestellt. Dann habe ich sie ganz vergessen. Ach, warum muss ich nur so blöd sein? Ich muss in Zukunft mehr aufpassen. Aber jetzt ist es schon zu spät. Nun muss ich die ganzen Glassplitter wegräumen, bevor sich noch jemand verletzt. Du willst mir helfen? Vielen Dank, wie nett. Nimm den Besen, der an der Stallwand hinter mir steht und kümmere dich um die Glassplitter im Stall. Dann räume ich den Rest vor dem Stall auf. Pass nur auf, dass du und Sunny Princess euch nicht verletzt. Nein, mein Schätzchen wird sich nicht verletzen, weil ich nämlich hier... Wo sind aber sehr viele? Oh, da ist eine Mausefalle. Okay. Achso, ich muss... Ach ja, ich muss ja noch den Besen finden. Den Besen, den Besen. Wo ist der Besen? Hat die nicht eben noch von der Stallwand gesprochen? Ist das ein Besen? Ist es am Leuchten? Ja, natürlich. Ich hasse diese Geräusche von diesen blöden Fliegen hier. Sieben Glassplitter. Über sieben Glassplitter sollst du gehen. Ach nee, das sind die Glassplitter. Den wollte ich jetzt nicht aufwägen. So. Keine Sorge, es verletzt sich niemand. Ich mache auch noch die restlichen Glassplitter weg. Zack. So. Auf die Hufe. Oder wie auch immer. Zack. Ist das Glas im Stall nun weggeräumt? Vielen Dank, Susanne. Wie schön, dass wir alle Glasscheiben zusammengekehrt haben. Stell dir vor, du bekommst eine davon in den Fuß. Au, das tut schon beim Hinhören weh. Nun müssen wir nur noch die Pferde nach Hause holen. Sie können ja noch nicht weit sein. Ach, warum bin ich auch so ungeschickt, Susanne? Seufz. Könntest du losreiten und nachsehen, ob du die Pferde findest? Das würde viel schneller gehen. Danke. Ehrlich. Ich bin dir was schuldig. Nimm diese Zuckerstückchen mit und locke die entlaufenden Pferde damit an. Okay. Ähm, wenn ich jetzt wüsste... Ach, da ist schon eins direkt, okay. Das Pferd geht Richtung Stall nach Hause. Das ist sehr schön. So, irgendwie rechts von mir müsste noch eins sein. Ähm... Ach, da hinten ist noch eins. Genau. Ähm... Moment. Luca? Nein. War das gerade ein jungen Profil? Vor allen Dingen ein jungen Name? Hä? Das Pferd geht aber ganz schön langsam. Korn. 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 Dann müssen wir halt langsam mitgehen. Aber das eine ist auch noch nicht im Stall, sondern das ist nur in Richtung Stall gelaufen, habe ich dann festgestellt. So, das ist schon mal in den Stall gegangen. Oder auch nicht. So, jeder bitte zurück in... Geht Richtung Stall nach Hause. Oh mein Gott, muss ich jetzt echt bis hier vorne mitgehen? Aua, was war das gerade? Ist das Pferd zurückgeführt? Ich konnte gerade gar nichts mehr sehen, ja? Mal schauen. Ich glaube, das ist irgendwie hier rechts drin. Kann das sein? Nee. Das ist doch nicht in meinem Stall. Ah, nee, da hinten ist es. Ah, es ist nicht ganz so präzise hier mit der Anzeige. So, Schätzelein. Dich müssen wir jetzt auch erstmal wieder weiter... wieder zurück nach Hause bringen. Einmal hier links rum, bitte. Hallo. Och, dein Ernst jetzt? Jetzt muss ich da einen Umweg laufen, nur weil du nicht fähig bist, da geradeaus durchzulaufen. Ich bin doch da, ich bin doch da. Ich kann nur nicht viel schneller machen, weil dann kommst du ja nicht mehr mit. So, okay. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Sehr schön. Bleib doch mal stehen, Mensch. So. Sehr gut. Gut, alle Pferde sind wieder zurück. Vielen Dank für deine Hilfe. Du hast mir das Leben gerettet. Bitte, bitte gern geschehen. Wie gut, dass du alle Pferde gefunden hast. Ach. Ja, genau. Wir sollten die Hufe aller Pferde untersuchen, um zu kontrollieren, dass sie keinen Glarspitter eingetreten haben. Ansonsten kann das sehr schmerzhaft für das Pferd sein und der Huf kann sich infizieren. Ich bin so nervös, ich kann gar nicht hinsehen. Du scheinst gute Augen zu haben, Susanne. Kannst du nicht die Hufe untersuchen? Danke. Ich hoffe wirklich, dass wir nichts finden. Leih dir meinen Hufkratzer mit der Bürste. Damit kannst du die Hufe vorsichtig untersuchen. Okay. Mein Viel bekomme ich dafür zwar nicht, aber... Hufkratzer mit der Bürste. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Hier sind die Pferde. Ach so, das ist... Ja, super. Ich hab's schon im Inventar drin. Okay. Du hast etwas Glas im Huf gefunden. Oh, oh, oh. Ach so, ich dachte schon, ich muss jetzt irgendwas wegmachen. Kein Glasplitter. Das sieht gut aus. Kein Glasplitter. Sehr schön. Nein, ehrlich? Ist das wahr? Eins, der Pferd hat einen Splitter im Huf? Das arme Tier. Ja, finde ich auch. Ach so, ich kann immer noch ansprechen. Ach, ich bin richtig sauer auf mich selbst. Ich hätte die Schlüssel gleich hier nachgeben sollen. Oder sie zumindest nicht hier auf den Boden stellen. Die Schüssel, nicht die Schlüssel. Ja, ja, was sollen wir machen? Wir müssen dem armen Kerl ja irgendwie helfen. Ich hab's. Frau Horst Wolfs hat eine Salbe, die fast magisch ist. Ich habe die Salbe früher schon mal verwendet. Einfach auf die betroffene Stelle auftragen und wie ihm nun ist der Schmerz weg. Und man ist wieder gesund. Bei einem Pferd habe ich es allerdings noch nie ausprobiert. Aber könntest du zu Frau Holzwurf gehen, reiten und sie um die Salbe bitten? Super, Susanne. Ich kümmere mich in der Zwischenzeit um unsere vierbeinigen Patienten. Er muss ja Schmerzen haben, der Arme. Ja, wie gesagt, also viel Geld bekomme ich dafür jetzt gerade nicht. Aber das machen wir natürlich gerne alleine, um den Tieren zu helfen. Soll ich nicht ganz stehen bleiben? Du solltest nur langsamer gehen. Halt, stopp! Du brauchst also Salbe, sagst du? Ja, deswegen bin ich hier. Rede mit mir! Ach du meine Güte, hat sich einst der Pferde ein Splitter in den Hof getreten. Armes Tier! Es stimmt, ja. Ich habe ein Rezept für eine heilende Salbe. Wenn du mir hilfst, alle Zutaten einzusammeln, kann ich sie für dich anrühren. Soweit ich weiß, brauchen wir dafür zuerst einmal Strandkrokos. Strandkrokos wächst in der Nähe von Wasser und hat kleine rosa Blüten. Reite runter zum Strand hinter meinem Haus und suche dort danach. Während du das machst, suche ich nach dem genauen Rezept für die Salbe. Okay, also hier kriegen wir auf jeden Fall etwas mehr Geld. Das ist schon mal gut. So, irgendwo hier soll das sein. Das ist ein Lagerfeuer. Äh, stopp, stopp! Stopp, stopp, stopp! Okay. Hinten sehe ich noch was. Zwei. Und drei. Otsch! So, jetzt müssen wir wieder da hoch. Dafür sind wir hier aber nicht richtig. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt überhaupt da über den Zaun drüber springen können. Aber es ist natürlich etwas blöd hier von der Umgebung. Also zu springen, wenn man von unten kommt. Hallo? Warum bockst du? Du sollst reiten. Wie tüchtig du bist. Du hast drei Strücke vom Strandkokos gefunden. Und ich weiß, dass er gar nicht leicht zu finden ist. Ich brauche manchmal Stunden, um nur einen davon zu finden. Während du weg warst, habe ich das Rezept für die Salbe gefunden, die Maya haben wollte. Meine Großmutter hat es für mich aufgeschrieben, nachdem ich mich im Sommer beim Barfußlaufen einmal an einen spitzen Stein verletzt habe. Ach, aber das ist lange her. Naja, genug der Erinnerung. Nun wollen wir mal sehen, was hier noch steht. Strandkokos haben wir bereits. Was brauchen wir noch? Hm, Löwenzahn. Ja, genau. Wir brauchen Löwenzahn. Bist du so lieb und pflückst sieben Stück Löwenzahn für mich? Ich kümmere mich in der Zwischenzeit um die Strandkokosse. Ja, für Geld tue ich sehr viel, wie gesagt. So, hier haben wir schon mal Löwenzahn. Stopp, ich glaube da war nichts mehr drum. Oh, da vorne ist noch was. Oh, das hörte sich gerade aber sehr nach Bienen an. So, dann haben wir hier noch was. So, dann haben wir hier noch was. Das ging aber schnell, nun werde ich die Salbe anrühren. Das dauert etwas, aber ich weiß, dass es eilt und Maya die Salbe so schnell wie möglich braucht. Wenn du nur kurz wartest. Nun ist die Salbe fertig. Nimm sie mit zu Maya und sag ihr, dass sie zuerst den Hof säubern muss, bevor sie die Salbe aufträgt. Ansonsten wirkt sie nicht richtig. Okay, eine Endlosaufgabe und das am Ende meiner Speicherkapazität. Ich hoffe, dass das jetzt noch alles aufgenommen wird. Wenn ich gleich ankomme, mache ich hier nochmal einen kleinen Zwischencut, damit ich nochmal gucken kann, wie viel ich jetzt schon verbraucht habe und wie viel noch offen ist. So, die gute Maya braucht diese Salbe. Geht noch ein Stück weiter. So. Susanne, hast du die Salbe bekommen? Aber natürlich. Sehr gut, nun werde ich mich sofort um meinen kleinen Patienten kümmern. Danke für deine Hilfe, Susanne. Das war wirklich das totale Chaos hier. Alles nur wegen Lügens. Lügens? Ich habe ihn total vergessen. Das sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Ich muss zu Josch. Er war super nett und hat sich um Lügens gekümmert, während ich im Stall Ordnung gemacht habe. Aber ich schaffe es jetzt nicht. Ich muss mich doch um das arme Pferd mit dem Glassplitter im Huf kümmern. Sei so lieb, Susanne. Könntest du Lügens nicht holen und ihn zum Schmied Konrad Marzen bringen? Konrad hat mir nämlich versprochen, Lügens neu zu beschlagen. Das wäre super, wenn du das machen könntest. Ja, ja, mir hat er auch so viel versprochen. Toll! Also, ich schulde dir echt was. Also, es wäre besser, wenn du deine Schulden erstmal bezahlst. Also, wenn du jetzt. Lügens! Also, es wäre besser, wenn du deine Schulden hast. Let's do das. Also, es wäre besser. Weil du mich zum Schmied konrad ist. Also, wenn du deine Schulden zum Schmied. Vielen Dank.